Erstmal gibt es nicht den einen Hebel. Das ist ja eine Verführung, zu sagen, wenn nur alle Grün konsumieren, wenn nur alle bewusst genug sind und die Probleme verstanden haben über Aufklärung, über Fridays-for-Future-Bewegung, über kritische Öffentlichkeit, dann haben wir es. Sondern man muss auch nochmal spezifisch schauen, das meine ich nicht als entmächtigend, sondern als auch ermächtigend, was sind die konkreten Handlungsmöglichkeiten. Warum ich das zum Anfang sage, ist, weil ich die Gefahr sehe, dass es aktuell so eine Art Nahelegung gibt, gerade für junge Menschen. Du hast individuell Verantwortung, also so eine Individualisierung von Verantwortung, gerade in der ökologischen Krise, in der Klimakrise, wenn du nur richtig handelst und die anderen dann überzeugst, wenn du dich bildest, dann wird es besser. Und was wir ja aus vielen Forschungen jetzt im Bereich Nachhaltigkeit seit vielen Jahren wissen, ist unter anderem, dass es einen sogenannten Citizen-Consumer-Gap, eine Citizen-Consumer-Lücke gibt. Also dass viele Menschen, Jüngere, Heranwachsende, aber auch Ältere, sich durchaus der Probleme als Bürgerinnen und Bürger bewusst sind, aber dann in ihrem Alltagsleben, man könnte neben dem Consumer auch sagen, vielleicht in der Arbeitswelt gar nicht so handeln, weil sie sagen, warum soll ich das jetzt machen? Und zwar gar nicht zynisch, sondern was sind denn eigentlich meine Handlungsbedingungen, wenn weiterhin Kriege geführt werden, wenn die Reichen um die Welt fliegen, wenn China, was ja auch so eine entlastende Funktion hat, sich jetzt so entwickelt, dass wir im kleinen Österreich ja überhaupt keine Rolle spielen. Und da gibt es jetzt eine, finde ich, schon interessante Forschungsrichtung seit einigen Jahren, die betont, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die sozialen Infrastrukturen, die technischen Infrastrukturen natürlich ganz stark unser Handeln präformieren. Also kein Missverständnis. Ich möchte schon darauf hinweisen, dass wir verantwortlichen Konsum brauchen, dass wir Selbstaufklärung und Selbstbildung brauchen und Bildungsprozesse, aber dass die Nutzung des Automobils am Land beispielsweise für Menschen natürlich damit zusammenhängt, habe ich halt ein gutes öffentliches Verkehrssystem oder nicht? Die Möglichkeit, mich im Alltag auch gut beispielsweise in Wien mit dem Radl zu bewegen oder zu Fuß zu bewegen oder muss ich halt, oder es ist ja sogar gar nicht so schlecht mit dem Öffi oder eben aufs Auto zurückgreifen. Also diese Infrastrukturen, die sozialen Infrastrukturen, die ökologische Krise hat ja auch ganz stark damit was zu tun, dass eben die Ressourcennutzung stark ansteigt über Statuskonsum. Es ist hip, für 1999 nach Mallorca zu fliegen. Es ist hip, das Flugzeug irgendwie mal schnell zu nehmen. Ja, auch für Geschäftsleute. Das ist ja eben nicht nur der Tourismus. Und da zu sagen, nein, gerade im privaten Bereich, es ist total gut, nicht zu fliegen. Es ist eher hip, mit dem Nachtzug zu fahren oder eben in Österreich oder in den Nachbarländern Urlaub zu machen. Also diese Punkte stärker zu machen, also wie gesagt, es geht schon um das individuelle Handeln, aber es geht eben auch um die gesellschaftlichen Bedingungen. Und es geht natürlich auch ganz stark um das kollektive Handeln. Also welche kollektiven Akteure, denken wir an Nichtregierungsorganisationen, sind ja für junge Menschen sehr attraktiv als auch mögliche Berufsaussicht, kollektives Handeln über die Fridays for Future, kollektives Handeln auch über Jugendverbände von Parteien und anderes, auch da zu schauen, dass diese Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Erstmal würde ich sagen, jetzt, ich sage mal eine Ebene dazwischen, die ich gerade nicht erwähnt habe, wenn junge Menschen sich auch empören über die Verhältnisse der Welt, klimapolitisch, Ungerechtigkeit, Nord-Süd-Verhältnisse und auch was machen wollen. Das ist ja eine Grundvoraussetzung. Und dafür braucht es, glaube ich, auch neben Verstand und Verstehen Mitgefühl. Das, was ja auch ganz oft, wir kommen sicherlich nachher noch drauf, abgeschnitten wird in einer sehr rationalisierten, rationalistischen Welt, dass aber eine Handlungsebene natürlich das direkte Umfeld ist. Also die Familie, die Eltern, die Geschwister, der Freundeskreis, in der Schule. Mit wem führe ich welche Diskussion? Mit wem verständige ich mich über meine eigene Weltperspektive? Also wir haben ja diesen Begriff des Global Citizenship, also eines globalen Staatsbürgerinnenschaft, die eben jenseits der engen Identitäten, des engen Kreises hinaus versucht, eine Welt zu begreifen, die ich ja in der Regel über Medien begreife, aber auch mit anderen, in denen ich mich auseinandersetze. Da haben viele Menschen, junge Menschen, durchaus Handlungsmöglichkeiten und sozialisieren damit ja auch ein Stück weit. Und das Zweite ist natürlich kollektives Engagement. Wir sind im September 2020 und haben natürlich vor einem Jahr die ganz starke Erfahrung der Fridays for Future, die wir vor zwei Jahren, 1918, nicht annähernd zu erwartet hätten. Dass so viel in der Gesellschaft da ist, es ist ja nicht die Ikone nur Greta Thunberg, es ist ja, da war ja was vorbereitet. Da war ja etwas, was sich ausdrücken wollte bei jungen Menschen, die ja in der Regel nicht handlungsfähig sind, die auch passiviert werden, werdet erst mal groß und anderes. Also das ist ein kollektives Agieren. Und das Dritte ist sicherlich, je nachdem jetzt wie alt die Heranwachsenden sind, eine eigene berufliche Orientierung. Was möchte ich machen? Was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Möchte ich Karriere machen? Ist es hip? Will ich Geld verdienen? Möchte ich was Sinnvolles machen? Und mit sinnvoll meine ich jetzt nicht nur ganz toll studieren, sondern vielleicht auch mit einem anderen Schulabschluss. Möchte ich ökologisches Handwerk lernen? Möchte ich in einer bestimmten Branche arbeiten? Nämlich in der ökologischen Landwirtschaft und anderes? Also wie bereite ich mich auf ein Leben vor? Das ist ja nicht eine Ad-Hoc-Entscheidung. Natürlich spielen da die Eltern eine Rolle und andere. Sondern es ist ja auch eine Entscheidung, die in der Selbstvergewisserung meines Lebens stattfindet. Und da sind die jungen Menschen, oder wir alle ja bis heute, in permanenten Auseinandersetzungen mit den Nahelegungen der Gesellschaft, von Werbeindustrie, von eben Status. Schau, dass du allein erfolgreich bist. Schau, dass du deine Ellbogen anspitzt und dich durchsetzt. Schau, dass du dann auch viel konsumieren kannst. Also gutes Leben heißt ja für viele immer noch und gesellschaftlich konsumieren. Und da dagegen zu halten. Und das ist auch meine eigene Erfahrung. Ich bin auf der Insel Mainau im Bodensee aufgewachsen, also die Blumeninsel im Bodensee, und habe mich als 16-Jähriger aufgeregt, dass in der Gastronomie, wo meine Eltern gearbeitet haben, lauter Wegwerfsachen, Getränkedosen und anderes produziert werden. Habe da auch einen Brief geschrieben an Graf und Gräfin, die da auf der Mainau waren. Das waren Sozialisationsprozesse. Den habe ich zwar selber geschrieben, aber den hatte ich natürlich über die Schule, über Auseinandersetzung mitbekommen. Und das waren so Sozialisationsmomente, die wir, glaube ich, nicht unterschätzen sollten. Und wir kommen raus aus der Falle von jungen Menschen. An den großen Rädern könnt ihr eh nicht drehen, wartet mal ab. Sondern die Gesellschaft setzt sich ja ganz plural auch aus den vielen kleinen Rädern zusammen. Man müsste genauer definieren, was Gleichgewicht heißt, weil wir natürlich in enorm dynamischen Gesellschaften leben. Also ich würde eher sagen, in welche Richtung geht Dynamik? Weil Gleichgewicht hat ja eine sehr statische Konnotation. Und ich würde sagen, die heutige Dynamik geht Richtung Globalisierung. Und Globalisierung nicht, dass die Menschen selber alle unterwegs sind, sondern dass sie in ihrem Alltag globalisieren, weil sie auf bestimmte Produkte zurückgreifen, bestimmte Dienstleistungen oder eben Vorprodukte, Erdöl und anderes in ihrem Arbeitsalltag. Und wie wird jetzt eine Dynamik abgesichert, politisch, was wäre sozusagen die politische Begleitung einer nachhaltigen, solidarischen Produktions- und Lebensweise, die systematisch ein Prinzip verfolgt? Nämlich das Prinzip, wenn möglich, nicht auf Kosten anderer und nicht auf Kosten der Natur zu leben. Das wäre aus meiner Sicht und mit meinen Forschungen natürlich zum Begriff der imperialen Lebensweise ganz zentral. Und eine Dynamik in der Gesellschaft, die das anstrebt, die das mit im Blick hat, eine Dynamik, die eben nicht zerstörerisch ist, sondern die dazu beiträgt, dass Städte umgebaut werden zu nachhaltigen Städten, dass die Verkehrssysteme umgebaut werden zu möglichst nachhaltigen Verkehrssystemen, dass die Flughäfen zurückgebaut werden, dass der Straßenverkehr zurückgebaut wird, dass die industrielle Landwirtschaft zurückgebaut wird. Das geht natürlich mit Konflikten einher, aber eben auch, da sind wir wieder bei der Handlungsfähigkeit für einen jungen Menschen mit dem, wie sie sich selber verhalten, wie sie es diskutieren. Mama und Papa, warum muss es jetzt wieder das größere Auto sein? Können wir nicht auf ein Auto verzichten? Ganz viele junge Menschen wollen ja gar kein Fleisch essen oder wenn, dann ökologisch produziertes Fleisch. Also dieses Zusammenspiel eben von individuellem Handeln oder auch dann kollektiv, vielleicht in kleinen Gruppen, weil man sich verständigt, es ist auch modisch und hip, kein Fleisch zu essen, nicht dauernd die neuen Klamotten zu haben, sondern in den Second-Hand-Laden zu gehen und vieles andere. Das müsste politisch abgesichert werden. Also es gibt nicht das neue politische System, sondern es gibt die vielen Initiativen in der Gesellschaft oder eben auch die von der Politik entwickelt werden, die dann rechtlich oder auch in der Anerkennung abgesichert werden. Also rechtlich heißt, die EU-Agrarsubventionen müssen in ökologische Landwirtschaft. Der Ausbau des Verkehrsnetzes muss ganz stark schienengetrieben sein. Eben, ich habe es gesagt, der Flughafen Schwächert und andere Flughäfen müssen zurückgebaut werden. Der Inlandsflugverkehr, was ja jetzt teilweise geschieht, muss unterbunden werden. Das europäische Schienennetz muss ausgebaut werden. In diesem Wechselverhältnis. Und das aber auch zu anzunehmen, also junge Menschen sind ja auch in ihrer, ich sage mal, in ihrem Selbstwertungsprozess, leben sie ja auch und wollen ja was. Und dieses Wollen könnte eben heißen, ich will nach Spanien, ich will Spanien kennenlernen oder Rumänien, aber es ist völlig klar, die Nahelegung dafür, für 19,99 Euro hinzufliegen, die dockt bei mir gar nicht an. Sondern ich fahre mit dem Zug oder vielleicht trempe ich auch mit anderen zusammen ab einem bestimmten Alter. Das stark zu machen, so stelle ich mir die Veränderung vor. Also die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen und die Politik muss natürlich auch von der Gesellschaft unter Druck gesetzt werden. Ein Beispiel ist die Energiewende in Deutschland, die ja sozusagen als vorbildlich weltweit gilt. Das war ja nicht die rot-grüne Regierung unter Schröder und Trittin ab Ende der 90er Jahre. Es waren ja die vielen kleinen Initiativen, die Energiegenossenschaften, die angefangen haben, wo Menschen gesagt haben, ich nehme mein Geld, das ich geerbt habe und baue nicht mein Haus größer, sondern ich setze mir Solarpaneele aufs Dach. Das war ja damals noch teuer in den 90er Jahren. Und dann hat die Politik gemerkt, in einer rot-grünen Konstellation, da steigen wir jetzt drauf ein. Das lief dann ganz gut. Deutschland galt ja dann in den 2000er Jahren so als ein bisschen ökologisches Vorbild im Energiebereich. Und gleichzeitig wurde eine Frage völlig abgeschattet, nämlich die Frage der Braunkohleverstromung. Es ist unglaublich, dass Angela Merkel 2006, 2007 die bereits Erfolgen der Energiewende ausgerufen hat. Und gleichzeitig hat man völlig negiert, dass die große Dreckschleuder in Europa, Deutschland ist mit der Braunkohleverstromung. Hat es eine neue Initiative gegeben, diesmal nicht die vielen einzelnen Menschen, die sich die Solarpaneele aufs Dach setzen, sondern die Ende-Gelände-Bewegung, die 2011 angefangen hat, in der Braunkohleregion Rheinland, in der Braunkohleregion Lausitz in Brandenburg. So geht es nicht weiter. Das politisieren wir, da engagieren wir uns, da wird unsere Zukunft sozusagen aufs Spiel gesetzt. Das meinte ich auch mit meiner Eingangsbemerkung. Es gibt nicht den einen Weg, sondern in den 90er Jahren waren es die vielen kleinen Initiativen von Menschen, die auch durchaus Geld haben, wahrscheinlich eher Mittelschicht, ökologisch bewusst. Und in den 2010er Jahren waren es dann die durchaus radikalen Bewegungen von jungen Menschen, wo ja dann auch die Fridays for Future ein Stück weit mit daraus hervorging, die gesagt haben, nein, das macht uns so wütend, dass Deutschland immer so tut, bei den globalen Klimakonferenzen, wir sind eh die Vorreiter, aber Pustekuchen, wenn wir mal genau auf die Realität schauen. Also zwingen wir die Politik, weil sie will gar nicht, sie liefert gar nicht, sie ist ganz eng verbandelt mit den Stromkonzernen. Wir zwingen die Politik, dass sie da was anders macht. Die Politisierung von ökologischen Fragen ist vor allem in unseren Ländern, das liegt ja im globalen Süden ganz anders aus, weil da ist ja die Erfahrung von Umweltzerstörung wirklich auch eine Erfahrung von ländlichem Raum, von Armut, von Menschen, die vom Bergbau vertrieben werden, von den Palmölplantagen vertrieben werden. Bei uns ist es, ich würde sagen, tendenziell ein Mittelschichtsproblem. Allerdings muss man da noch mal genauer schauen, wie wird die Klima- und die Umweltfrage thematisiert. Wenn wir Umweltfragen thematisieren, auch als Arbeitsschutzfragen, als Fragen der Arbeitssicherheit, so wie mit Giften umgegangen wird, gibt es ja eine lange Tradition, wo auch die Gewerkschaften mit einmal ins Spiel kommen. Die Gewerkschaften haben ja große Erfolge in Ländern wie Österreich und Deutschland, dass die Arbeit weniger giftig ist, dass die Arbeit gesünder ist, dass die Entlüftung besser ist. Und das sagt man so, das ist so unwichtig. Nein, es ist ganz wichtig. In der Sensibilisierung von Menschen. Allerdings wird das gar nicht als Umweltfrage thematisiert und als Arbeitsschutzfrage. Ich mache ja viel Gewerkschaftsforschung und sozial-ökologischer Umbau und es ist immer wieder erstaunlich, wie was thematisiert wird. Und die Gewerkschaften haben ja auch schon im 19. Jahrhundert, in der Gründungszeit der Gewerkschaften, ging es doch nicht um höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten. Es ging darum, dass die Menschen am Arbeitsplatz nicht verrecken. Der Bergbau in Westeuropa, das war eine ganz harte Auseinandersetzung um Standards, Arbeitsqualität. Und wenn man das im Blick nimmt, dann haben wir auch in diesem Bereich, den man erst mal gar nicht vermutet, als ökologisch sensibilisiert, nämlich Arbeiterinnen und Arbeiter durchaus auch ein hohes Umweltbewusstsein. Also die Entwicklung des Industriekapitalismus seit dem ausgehenden 18., 19. Jahrhundert war eine Entwicklung auf Kosten der Natur. Das muss man sagen. Die Ressourcen sind vernutzt worden, aber gleichzeitig gab es immer Aushandlungsprozesse, Konflikte, wie findet das statt? Also wenn wir uns London 1850 vorstellen, muss das grauenhaft gewesen sein. Ungesund, gestunken, keine richtige Kanalisation. Also gibt es Modernisierungsprozesse, die jetzt nicht nur von Gewerkschaften kamen, sondern auch aus den lokalen Verwaltungen, aus den staatlichen Verwaltungen. Das geht so nicht weiter, weil die Menschen sterben, weil wir Krankheitsprobleme haben. Also gab es Modernisierungsprozesse, die Städte sauberer zu machen, die Fabriken besser zu machen und anderen. Erstmal war das große Erfolge und gleichzeitig sind in England, in den kontinentaleuropäischen Staaten, in den USA, die Umweltprobleme eher in den Ländern ausgelagert worden. Eben aufs Land. Wo wird die Kohle gefördert? Oder früher noch, wo wird das Holz geschlagen? Wo kommen die Ressourcen her? Und man kann sagen, dass die große Errungenschaft der westlichen Gesellschaften, nämlich sowas wie Sozialstaatlichkeit, wie Anerkennung der Schwächeren, das ist ja eine wirklich große Errungenschaft, wo Gewerkschaften eine Rolle spielen, Sozialpartnerschaft, und anderes, natürlich die Arbeitsgesetze, die Sozialgesetze, dass das tendenziell schon zu Lasten der Natur ging. Also dass sozusagen der Industriekapitalismus immer mehr Ressourcen vernutzt hat, vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg. Wissenschaftlich sprechen wir davon der großen Beschleunigung, the Great Acceleration, ein Begriff, den Will Steffen unter ein Forschungsteam eingeführt hat. Ich könnte Ihnen jetzt ein Bild zeigen, wo eben alle Kurven von Wasservernutzung, Staudammbau, PKW-Produktion, Ressourcenvernutzung, aber eben auch Wohlstand, materieller Wohlstand, sehr zu Lasten der Natur entsteht. Aber eben gar nicht mehr so sichtbar, weil davor die Naturprobleme eher ins Land externalisiert wurden oder auch woanders hin. Und mit einer einerseits Politisierung der ökologischen Krise ab den 60er, 70er Jahren, aber auch mit der Nachkriegskrise des Kapitalismus, auch in den 70er Jahren, sind Unternehmen, vor allem die sogenannten Dirty Industries, die schmutzigen Industrien, Stahl, Textil und andere, aus Profitgründen, aber eben auch teilweise aus Umweltgründen, in Südländer gegangen. Das nennen wir dann in den 70ern die neue internationale Arbeitsteilung. Noch kein Schwellenländerphänomen, sondern erst mal die Unternehmen gehen mit vielen schmutzigen Industrien in den Süden oder eben auch traditionell Bergbau, Kohle, Gold wird eben eher in anderen Ländern produziert. Da kommt, was Markus Wissner und ich sagen, die imperiale Produktions- und Lebensweise zu sich selbst. Da wird sie auch internationalisiert. Also es geht los nach dem Zweiten Weltkrieg, aber viel sichtbarer dann in den 70er, 80er Jahren. Und das schafft auch eine gewisse Stabilisierung der Verhältnisse hier. Also die Umweltbewegung hat gegen ihre Absicht natürlich, also ganz wichtig, gegen ihre Absicht, aber dazu beigetragen, dass es natürlich hier auch ein Stück weit die Lebensqualität steigt, aber eben zu Lasten von Südländern, weil dort eben schmutzige Industrien sind, die Ressourcenvernutzung noch mal intensiviert wird. Und in den 90er Jahren, das, was wir als dritte Phase der Globalisierung bezeichnen, also die erste Phase 70er Jahre, die ich genannt habe, die zweite Phase natürlich Fall der Mauer, 1989, Osteuropa öffnet sich und die dritte Phase dann ab Mitte der 90er Jahre der enorme Take-off von China, Indien und anderen, wo dann noch mal die internationale Arbeitsteilung intensiviert wird und vor allem neue Technologien, also die Informations- und Kommunikationstechnologien, da noch mal sehr stark in den Südländern produziert werden. Handys, Computer und anderes, alles, was heute unseren Alltag bestimmt und die Ressourcen auch weitgehend natürlich aus den Südländern kommen, die Arbeitsbedingungen schlecht sind, die Umweltbedingungen schlecht sind. Also könnte man sagen, also ich negiere nicht, dass es hier Ausbeutung gibt. Es gibt hier Fleischfabriken, es gibt schmutzige Landstriche, aber tendenziell ist natürlich gerade die Umweltzerstörung, ich rede jetzt nicht von Klimakrise, das ist was anderes, aber die erfahrbare Umweltzerstörung hier natürlich längst nicht so dramatisch wie in Teilen von Osteuropa, wo dann wirklich Flüsse dreckig sind oder in Teilen des globalen Südens. Und diesen Zusammenhang zu begreifen, nicht zu moralisieren, also nicht zu sagen, hier du, Knie nieder, du kannst nichts machen, sondern unser Argument in der Impral-Lebensweise ist ja, sie ist teilweise attraktiv, also Menschen hier haben mit allen Unterschieden vom Einkommen Zugriff auf die Welt, durch das Handy, durch das Reisen, durch die billigen Klamotten, aber sie müssen sie auch ein Stück weit leben. Das ist ja das Schwierige auch für jetzt junge Menschen, die eine Alternative wollen. Die Impral-Lebensweise ist ja nicht nur Erweiterung von Handlungsmöglichkeit, sie ist ja auch Zwang. Das machen wir in dem Buch stark. Sie ist ein Zwang, wo eben die Alternativen schwerer sind, weil sie tief verankert ist, weil die Infrastrukturen, die Politiken, die ökonomischen Interessen, die Arbeitsplatzinteressen darin tief verankert sind. Das erst mal zu begreifen und dann das als Ausgangspunkt zu nehmen für Alternativen. Die Debatte um Degrowth oder Postwachstum ist natürlich eine sehr breite Diskussion, die einerseits, so sagt, so ein bisschen alltagsorientiert, es ist nicht meine Position, aber ich nenne sie, weil sie natürlich wichtig ist, Befreiung vom Überfluss. Also wir leiden alle darum, dass unsere Wohnungen zu voll sind, dass unser Alltag zu dicht ist, dass dauernd Handy-Anrufe kommen, dass wir nicht mehr aus dem WhatsApp-Schleifen kommen und so weiter. Wir müssen Nein sagen. Das suggeriert eine ganz große Handlungsfähigkeit, die ich so nicht sehe. Also natürlich gibt es Handlungsfähigkeit. Ich selber habe kein Handy, ich habe noch nie eins gehabt und ich habe trotzdem ein gutes Leben. Aber erst mal würde ich sagen, Degrowth ist eine gesellschaftliche Perspektive und zwar nicht Entwachsen oder Postwachstum im Sinne von Krise. Ich nenne das immer Change by Disaster. Was wir zurzeit haben in der Corona-Krise, was wir vor einigen Jahren in Griechenland hatten, was wir immer wieder in Ländern des globalen Südens haben, ist die rasche ökonomische Krise, die ja vor allem die Armen trifft. Die, die keine sozialstaatliche Absicherung haben, die, die keine festen Jobs haben, sondern die, die von der Hand in den Mund leben, die informalisiert arbeiten und so weiter. Das ist nicht Degrowth. Das wäre ein Sich-Laben an Krisen. Aus meiner Sicht ist das Interessante an Degrowth und Postwachstum anzuerkennen, erst mal auf der analytischen Ebene, dann kommen wir zum politischen, anzuerkennen, dass unsere Gesellschaften ganz stark darauf basieren, dass sie wachsen und dass in einem Moment von Corona-Krise, wenn nur noch die Basisbedürfnisse gesichert werden, wenn Luxusproduktion, Autoproduktion, anderes runtergefahren werden, wir wirklich eine veritable Krise haben und dass die Gesellschaft gar nicht aus diesem Wachstumszwang rauskam. Und der Wachstumszwang ist, ein kapitalistischer ist profitgetrieben und ist natürlich auch getrieben durch die Interessen der Beschäftigten in den Betrieben. Das anzuerkennen. Also nicht Wachstum ja oder nein. Natürlich brauchen wir Wachstum im Bildungsbereich, im Kulturbereich, im Gesundheitsbereich. Wir brauchen Wachstum in Ländern des globalen Südens. Aber der Wachstumszwang ist das Problem. Und der Wachstumszwang ist verbunden mit Interessen, mit starken Vermögenden, mit Investmentfonds, mit Milliardären, mit dem 1%, wie die Occupy Wall Street Bewegung gesagt hat. Das wäre die Analyse. Ich mache das so kurz bewusst natürlich. Die politische Konsequenz ist daraus, Wege zu suchen, wie wir Wohlstand schaffen, ein auskömmliches Leben für alle, gutes Leben für alle, das ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht gutes Leben für wenige, Dolce Vita für wenige, gutes Leben für alle, wo wir nicht mehr diese profitgetriebenen Sektoren im Zentrum haben. Ich bin jetzt nicht für Verstaatlichung von allem. Es soll private Unternehmen geben, es soll auch Gewinnorientierung geben, aber die großen Kräfte unserer Gesellschaft, Automobilindustrie, Luftfahrtindustrie, private Energiebereitstellung über fossile Energien, die großen Finanzmarktakteure, dem muss Einhalt geboten werden. Dann haben wir wieder den Raum, gebrauchswertorientiert, bedürfnisorientiert zu produzieren, im Gesundheitssystem, aber auch im System der alltäglichen Produkte, nämlich Mobilität. Wir sind in Wien. In Wien gibt es ganz wunderbare öffentlichen Verkehr. Wiener Linien. Aber gleichzeitig gibt es eine kaum Infragestellung von Automobilität. Es gibt sozusagen beides. Also wo ist jetzt die Politik, die sagt, dass die Städte von den SUVs verstopft werden, das geht irgendwie nicht. Und es gäbe auch gesellschaftliche Anerkennung dafür. Ich bin überzeugt, es gibt Mehrheiten dafür, dass das mit den SUVs, die eineinhalb Parkplätze brauchen, einfach nicht geht. Dass die BIMs immer wieder unterbrochen werden im Morgenverkehr, weil ein dickes Auto die BIM-Strecke blockiert und so weiter. Das sind Aushandlungsprozesse, da brauchst du auch Konflikte, die dann in Politik übertragen werden. Das wäre für mich Degrowth. Also Degrowth als Wohlstandsmodell, das rausgeht aus dieser unbedingten Wachstumsorientierung, das ein Steuersystem umgestalten muss, weil natürlich heute das staatliche Steuersystem auf Wachstum getrimmt ist. Das sagt, nein, wir müssen an Vermögen ran, wir müssen eine Erbschaftssteuer einführen, wir müssen die Geschäftsgrundlage des Öffentlichen des Staates viel breiter machen als eben in der Wachstumsorientierung lassen. Bei der Klimakrise wäre mir ganz wichtig, dass die Klimakrise keine Krise ist der Menschheit, sondern sie ist es auch. Sie ist natürlich eine Krise, so wie jetzt die Corona-Krise, die tendenziell alle betrifft, aber sie ist in der Verursachung hochgradig unterschiedlich und in den Auswirkungen. Und das müssen wir unbedingt anerkennen, weil sonst kommen wir in so einen großen Blick und auch in einen entmächtigenden Blick, weil die Menschheit, wer ist denn das, wer handelt? Und bei den Ursachen ist es wichtig anzuerkennen, es ist natürlich eine imperiale, kapitalistische, ausbeuterische Produktions- und Lebensweise, die seit 200 Jahren ganz systematisch fossile Energieträger vernutzt, Öl, Gas, Kohle, die natürlich Wohlstand geschaffen hat, materiellen Wohlstand, die aber eben auch uns immer weiter in die Klimakrise getrieben hat, die aber eben profitgetrieben ist. Also die großen Konzerne der Welt sind weiterhin Ölkonzerne, sind weiterhin neben den Finanzkonzernen, die großen Ölkonzerne, die ein Interesse daran haben, dass diese Weltressourcenordnung, diese Weltordnung aufrechterhalten bleibt, weil sie damit ihr Geschäft machen. Also bedeutet es, Klimapolitik, effektive Klimapolitik heißt, die imperiale Produktions- und Lebensweise umzubauen und diese enorme Macht der Energiekonzerne und andere auch ein Stück weit zu brechen. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Sonst kommen wir in so einen wichtigen kosmopolitischen Blick eines Zusammenhandels, das es aber so gar nicht gibt, weil die machen ihr Geschäft weiter. Und das Zweite ist, dass die Klimapolitik viel, viel entschiedener als heute die Verantwortung übernehmen muss, gerade im globalen Norden, für die Menschen im globalen Süden, in den Küstenregionen, das ist ja alles bekannt, die von der Klimakrise viel deutlicher betroffen sein werden. Erfahrungen auszutauschen, also beispielsweise Tandems zu bilden, früher hat man gesagt, Brieffreundschaften, heute geht das natürlich alles viel leichter, um auch Einblick zu bekommen in andere Lebensrealitäten. Also natürlich brauchen wir den Makroblick, aber sozusagen die Erfahrung ist ja viel mehr. Das Mitgefühl entsteht ja gegenüber anderen Menschen, gegenüber kleinen Gruppen. Da halte ich das, was man früher globales Lernen, Bildung für nachhaltige Entwicklung, heute Global Citizenship Education nennt, für ganz wichtig. Meine Anregung wäre für diese Art von Bildungsprozessen, dass sie sich nicht erschöpft in Fragen von Welthaltung, von Identität, sondern, das kam glaube ich im Gespräch rüber, sie muss die politisch-ökonomische Fundierung einer eben imperialen Produktions- und Lebensweise in den Blick nehmen und hinterfragen. Also die Probleme der Welt werden darüber produziert, dass der SUV hier hip ist, dass das Fliegen vielleicht wieder so attraktiv sein wird von 1999 wie vor der Krise. Also es ist nicht nur die Welt draußen, es ist eben der eigene Alltag, der strukturell verankert ist. Ich glaube, das wurde deutlich im Gespräch. Es ist nicht nur das eigene Handeln, aber die Aufmerksamkeit, das ist ja die Grundmessage unseres Buches im Praerlebensweise, die Aufmerksamkeit dafür, dass der Globalisierungsprozess im Alltag stattfindet, dass er was Attraktives hat, dass er durchaus auch was Zwanghaftes hat, Status, ich brauche das Handy, ich brauche das Neue und so weiter, und dass es zerstörerisch ist. Also die Ambivalenzen zu verstehen und darin handlungsfähig zu werden, nicht sich dem Handeln zu weigern oder nicht, wie auch Adorno gesagt hat, sich dumm machen zu lassen vor den Verhältnissen, sondern die Verhältnisse zu verstehen, anzuerkennen und gar nicht zu sagen, ich muss jetzt alles verstanden haben, sondern auch mal wütend zu sagen, ich bin Teil einer Initiative, Ende Geländewagen in Wien letztes Jahr, die sagt, wir müssen symbolisch Konflikte fahren und mal eine Straße blockieren am Freitagnachmittag, um darauf hinzuweisen, welche absurde Normalität läuft hier eigentlich? Warum ist es so selbstverständlich, dass die Städte immer autogerechter werden, dass die Autos immer größer werden, obwohl alle sagen, wir müssen was gegen Klimawandel tun und so weiter. Also jetzt auch da wieder nicht die Individuen des SUVs anzuklagen, obwohl ich auch das kritisieren würde, weil ich das für kopflos und zynisch halte, ein SUV zu haben, aber die gesellschaftliche Bedingtheit, warum ist es so hip, warum gibt es Menschen, die sich ein SUV für so viel Geld leisten können, warum wird das in den Städten erlaubt? Das müsste man ja nicht erlauben, das ist ja eine politische Entscheidung, und so weiter. Da entsteht Welthaltung. Das ist für mich Global Citizenship. Also im Einzelnen zu schauen und in den Auswirkungen woanders. Die Überlegung, jung und weise, sehr attraktiv und musste erst mal schmunzeln, wie ich da zum ersten Mal darüber nachgedacht habe, weil wir ja bei Weisheit und Weise oft an Erfahrung denken. Und die ist natürlich bei jungen Menschen sehr stark vermittelt, notwendig, weil sie am Beginn oder in der ersten Phase ihres Lebens sind, vermittelt über Bildung, politische Bildung, Schule, über Eltern, über Freundeskreis. Wenn wir aber eine andere Konnotation von Weisheit nehmen, die ja auch sagt, Weisheit heißt, Zusammenhänge zu sehen, Zusammenhänge auch anzusprechen, auch mutig anzusprechen, dann finde ich, vor allem seit dem Jahr 2019, wo ja gegen alle Aussagen, die Jungen wollen nur konsumieren, sind individualistisch, interessieren sich nicht für Gesellschaft, über die Fridays-for-Future-Bewegung eine Bewegung entstanden ist, die ja gerade davon lebt, dass sie auf Zusammenhänge hinweist. Also die Reden von Greta Thunberg oder von vielen anderen, Lena Schilling hier in Österreich oder andere, die dann auch den Ausdruck dieser Bewegung sind, weisen ja ganz stark auf Zusammenhänge hin. Viel mehr als Ältere. Ältere, die sozusagen ganz parzelliert in ihren Fachdisziplinen denken, in ihrem Alltag denken, in ihrer Professionalität denken. Und da finde ich, jungenweise seit letztem Jahr, also seit 2019, enorm attraktiv zu denken, weil die Fridays-for-Future-Bewegung die Gesellschaft wieder darauf hingewiesen hat, wir müssen Zusammenhänge denken, wir müssen Zusammenhänge ansprechen und wir müssen auch mal wütend werden. Wie nämlich die Zusammenhänge unterbrochen werden, weil immer mehr produziert wird, werden die Zusammenhänge zur Natur unterbrochen. Weil immer mehr konsumiert wird, ist es mir egal, wie das Fleisch produziert wird. Und wie gesagt, das meine ich jetzt wieder nicht als Moralisierung oder nur individuelle Schuldzuschreibung, sondern als Zusammenhang des eigenen Handelns und eben der gesellschaftlichen Bedingung, unter denen gehandelt wird. Und wie gesagt, dass Laughter